moin leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal ich bin es wieder der gute alle grafs nekola und heute habe ich hier eines meiner lieblingsgetränken nämlich bier und ja heute haben wir das desperados hier bier mit 5,9 prozent alkohol das ist durchschnitt viele denken ja das hätte mehr weil der kieler drin ist ist aber keine kieler drinnen sondern nur tequila aroma ja desperados ist jetzt nicht mein absolutes lieblingsbier das nicht ich meinte bier generell ist eines meiner lieblingsgetränke aber ja desperados habe ich früher ganz oft getrunken als ich begonnen habe alkohol zu trinken so damals mit acht und ja schmeckt eigentlich ziemlich gut ist ja ein bier aus mais und ja wird tatsächlich gebraut achtung jetzt kommt in österreich aber desperados ist eine französische firma ja dass das wissen die meisten nicht die meisten denken es wäre mexikanisch sowie corona oder war corona aus china ich weiß nichts mehr nein ich verwechsel da was ist egal wir machen uns das hier auf weil sonst reden wir nur noch bullshit bros ja da sieht ja schon die kohlensäure hier richtig schön am sprudeln das gas hier ein bisschen auf 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 keine ahnung nennt man das ich weiß nicht wir probieren mal richtig schön erfrischend toll erfrischend ein bisschen süß im geschmack ja ihr kennt vielleicht schon es ist auf alle fälle nicht der klassische bier geschmack also es ist kaum bitter wunderbar zu trinken es ist eigentlich so ein richtig gutes anfänger bier würde ich mal würde ich mal behaupten denn wie ihr wisst biertrinken ist erfahrungssache ich glaube die wenigsten trinken das erste bier mögen es aber bei desperados könnte das der fall sein denn es schmeckt wirklich gut auch für für nicht biertrinker also ich kenne auch viele leute die das trinken hier wenn sie sich hier eine zitrone limette reinstecken das ist richtig gut richtig gut mache ich auch gern ja also wie gesagt ich trinke gerne oder lieber klassisches bier aber so hier und da manchmal habe ich meine phasen da trinke ich extrem gern desperados ist schon lange ein begleiter meines lebens und ja kann ich euch empfehlen das einzige wenn ihr zu viel von dem trinkt oder bei mir ist das so ich trinke von denen vier oder fünf nächsten tag habe ich so so brennen leute das ist unnormal also ich vertrage normalerweise viel aber von dem bekomme ich einfach übelste so so brennen und magenprobleme zum nächsten tag das ist ganz schlimm also probiert das auch mal aus trinkt am besten vier oder fünf und schreibt mir dann in die kommentare wie es dann eurem bauch geht am nächsten tag ja das war es dann von mir euren graf snäkula hier drink responsability okay keine ahnung was das heißt aber wir werden uns jetzt noch hier eine ganze sechs von dem gönnen